Herzlich willkommen zu einem neuen TV-Beitrag der WGW Wittenberge. Seit diesem Sommer gibt es drei neue Mitarbeiter im Team der WGW. Zuständig sind diese für den Bereich Wohnungswirtschaft. Leiter des Teams ist Herr Dr. Paul Köppen. Mein Name ist Paul Köppen, ich bin seit 1.6.2019 hier in der WGW beschäftigt und bin zuständig für den Bereich Wohnungswirtschaft, also für alle Belange rund um die Mieter. Der gebürtige Bregnitzer ist seit diesem Jahr mit seiner Frau wieder zurück nach Wittenberge gezogen. Verbundenheit mit der Heimat und eine bessere Lebensqualität sind gute Gründe für seine Rückkehr. Meine Frau und ich sind jetzt im Frühjahr dieses Jahres, nach 16 Jahren Potsdam, gemeinsam wieder hergekommen, weil wir beide von hier kommen und weil wir daran glauben, dass Wittenberge ein lebenswerter Ort ist. Und deswegen bin ich sehr froh, jetzt hier arbeiten zu können, weil ich hoffe, dass wir auch weitere Leute davon überzeugen können, dass man in Wittenberge wirklich gut wohnen kann. Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Wittenberge, Schumacher, guten Morgen. Ein weiteres neues Gesicht im Team der Wohnungswirtschaft der WGW ist Frau Christine Schumacher. Die gelernte Kauffrau für Grundstücks- und Wohnungswirtschaft unterstützt das Team seit dem 15. Juni dieses Jahres. Also ich bin Christine Schumacher und seit 15. Juli komplettiere ich hier das Trio, das neue Trio bei der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Wittenberge. Und wir unterstützen gemeinsam zu dritt all unsere Mieter und natürlich auch unsere zukünftigen Mieter in allen wohnungswirtschaftlichen Belangen. Mit Frau Jana Schade wurde das Trio der Wohnungswirtschaft komplementiert. Bereits seit fünf Jahren im Unternehmen hat Jana Schade bereits einige Erfahrungen im gesamten Team der WGW Wittenberge gesammelt. Davon arbeitete sie anderthalb Jahre als Schwangerschaftsvertretung an der Seite des Geschäftsführers Herrn Thorsten Dien und anschließend als Sachbearbeiterin im Bereich Technik. Somit ist das Team der Wohnungswirtschaft komplett und kann sich gezielt mit den Fragen und Problemen der Mieter beschäftigen. Jeder Sachbearbeiter, wenn Sie so wollen, hat seinen eigenen Wohnungsbestand, damit auch seinen eigenen Mieterbestand. Das hat den Vorteil, dass jeder Mieter genau weiß, an wen er sich wenden muss. Und so entsteht halt auch ein Vertrauensverhältnis zwischen Mieter und Vermieter. Guten Morgen. Guten Morgen. Haben Sie Interesse an einer Wohnung oder geht es Ihnen um Mietfragen? Scheuen Sie sich nicht, das Team der Wohnungswirtschaft anzusprechen. Okay.